Lieber Herr Grupp, das was Sie machen, Sie sind ein Mensch, der für eine Sache steht und Sie polarisieren sehr stark. Sie sind der einzige Unternehmer, der in Deutschland noch fertig als Textilhersteller, finde ich ganz genial. Ich weiß, wo Sie heute stehen, da stehen Sie auch morgen noch und Sie eine unglaublich starke Persönlichkeit. Jetzt frage ich mich, wo sehen Sie noch die Stärken von Ihrem Vater? Gut, natürlich ist natürlich auf der einen Seite die Erfahrung. Ja, ich meine, er hat ja, sage ich mal, die Firma durch Höhen und Tiefen begleitet. Die Stärke ist eben auch konstant, den Wandel zu erkennen, konstant zu gucken, was macht der Markt, wie können wir uns aufstellen. Wichtig ist, dass man rechtzeitig den Wandel der Zeit erkennt und dann rechtzeitig die Weichen stellt, dass man morgen auch noch dabei ist. 65 Prozent verkaufen wir direkt an den Verbraucher, einmal über unsere eigenen Einzelhandelsgeschäfte, die wir nennen sie Testgeschäfte und einmal über den Onlineshop.